Mein Name ist Christoph Engelbert von der Firma Manfred Alberts. Ich bin zuständig im Hause für Fiocchi Munition. Fiocchi feiert dieses Jahr einen besonderen Anlass, 140es Jubiläum. Zum 140-jährigen Jubiläum präsentiert Fiocchi ganz neu ihre Jagdschuhpatronen in einem neuen Design. Zusätzlich zum neuen Design der Jagdschuhpatronen präsentiert Fiocchi die neue Büchsenmunitionslinie, welche sich aktuell in der Testphase befinden. Erhältlich wird die Patrone für den Jäger sein im April, Mai diesen Jahres. Fiocchi ist das größte italienische Munitionsunternehmen, besteht seit 140 Jahren, produziert in sehr großem Stile Komponenten, Jagdschuhpatronen, Sportschuhpatronen, Pistolenrevolverpatronen und ist nun in der Produktion mit Büchsenpatronen.